Was ist da heute los? Einiges. Inkognito, glaube ich. Ich habe gehört, da ist von heute irgendwie inkognito. G und so. Ich bin es auch nicht. Ich bin auch inkognito, wie man sagt. Aber jetzt werden wir einmal schauen. Da gibt es so schwarze Schläger und so lauter Klumper. Deswegen bin ich heute in Rot. Krampus war zwar schon, aber wir schauen einmal. Die Geheimwaffe von Djokovic habe ich gehört. Alles ist heute ganz geheim. Und dann werden wir gleich die Geheimnisse lüften. Tennis Outlet und Head Austria luten am 18. Dezember zu einer Racket-Präsentation ein. Die neuen Modelle der Instinct und Speed-Serie wurden Freizeitspielen zum Testen angeboten. Ebenfalls anwesend ATP-Profi Michael Linzer, der vor kurzem erst einen Head-Vertrag unterzeichnete. Es fanden sich Medienvertreter, Racket-Düftler, Profi-Bespanner und einige andere Tennis-Freaks ein. Jeder kam zum Zug. Die Modelle der Instinct- und Speed-Serie waren in verschiedenen Gewichtskategorien vorhanden. So, nachdem wir einige Test-Trackets von Head, nämlich die Speed-Serie und die Instinct-Serie getestet haben, wollen wir mal von den Testern ein paar Informationen und ein paar Feedback einholen. Hallo. Welche Schläge hast du heute alles getestet? Die Speed- und die Instinct-Serie, die leichten und die schweren Modelle. Und muss sagen, ich persönlich komme mit der Speed wesentlich besser zurecht. Also die Instincts sind mir ein bisschen zu hart, kommt ein bisschen zu wenig raus. Ich bin bei der Speed doch deutlich mehr mit der Geschwindigkeit, was rauskommt. Also fährt mir besser. Aber insgesamt alles gute Schläger. Es ist nicht unbedingt ein Schläger dabei, den du eventuell zu Weihnachten geschenkt bekommen würdest. Geschenkt nehme ich alles. Aber ich spiele sonst normalerweise einen Prestige und der liegt mir doch wesentlich mehr als diese Modelle. Also wenn, dann würde ich sagen, den Speed 300. Aber wenn es mir die Wahl lasst zwischen Speed und Prestige, nehme ich den Prestige. Was ist dein aktuelles Standard-Racket? Ist der Head-Prestige mit Plus. Und was unterscheidet den zu anderen Head-Modellen? Ich finde einfach, dass er einen weicheren Rahmen hat und dass die Balance zwischen Geschwindigkeit und Kontrolle tut einfach am besten ist. Wer noch genug Puste hatte, konnte sogar einige Bälle mit Michael Linzer schlagen. Sei es auf der Grundlinie oder am Netz. Die neuen Modelle wurden für alle Spielsituationen ausgiebig getestet. Breaktime TV dankt für die Teilnahme. Ja Florian, vieles ist da geheim. Heute wollen wir ein bisschen das Geheimnis lüften. Was kannst du schon preisgeben zu dieser neuen Wunderwaffe? Also Andi, es geht um eine neue Verteilung der Kräfte im Schläger. Wenn man auf den Schläger schaut, sieht man da einen speziellen Bereich, wo man eine Molekülstruktur drauf sieht und ein G-Symbol. Und um diese Verteilung der Kräfte geht es. Das Geheimnis bleibt weiterhin top secret. Aber am 11. Jänner wird es weltweit gelüftet bei uns auf der Website und Djokovic wird den Schläger präsentieren. Ja und er wird natürlich auch spielen damit. Hat uns sozusagen einen persönlichen Brief geschrieben, haben wir auch schon gesehen. Genau. Was ist also jetzt für die Spieler, was kann man zusammenfassend sagen, was ist das Besondere? Also das Besondere ist, dass man beim Schläger einfach wesentlich mehr Output erzielt mit der G-Technologie. Also man kann müheloser spielen, man kann kraftloser spielen und das Tennis wird ja immer schneller. Das sieht man, das siehst du auf der Tour jedes Jahr. Und unsere Rückschlüsse, die wir gezogen haben, ist eben die G-Technologie mit der neuen Verteilung der Kräfte im Schläger. Und da kannst du nur ein Resümee machen zum heutigen Tag. Der Walter S., wie er sich nennt, in Anlehnung zum G, hat ja eingeladen, hat da einige Tennisfreaks zusammengetrommelt. Wie ist dein Resümee von dem Tag? Tennis Outlet ist ja da auch ein sehr wichtiger Partner. Mit Tennis Outlet, die Tennis Insider und die Tennisszene aus dem Bereich, da zusammengefasst heute, war für uns auch sehr interessant, die Feedbacks jetzt schon zu bekommen, weil die Entwicklung steht ja nicht still. Und wir freuen uns, dass Tennis Outlet so gute Kunden hat und dementsprechend auch in der Szene gut vertreten ist. Also Djokovic wird mit dem Schläger auflaufen, nehme ich an. Wer wird denn nachspielen, kann man das schon sagen? Genau, Berdich wird spielen, Sharapova, Zilic und vielleicht kommen dann auch österreichische Spieler dazu. Und natürlich viele, viele Hobbyspieler hoffentlich. So ist es. Schläger habe ich schon gesehen, Schaumschläger auch, so wie ich. Und natürlich Racket-Modelle von heute. Wir haben den Michi Linzer gesehen. Wir haben noch und noch in der Kraftkammer, da Erwin Enzinger war auch da, es war ein super Tag. Und jetzt muss ich schauen, dass ich irgendwo die Finanzen herkriege. Die nächste Bank ist sicher gleich ums Eck, damit ich mir die Australienreise leisten kann. Pfiat euch. Da gibt es den nackten Schweden, aber das kann ich euch jetzt nicht zumuten. Ha, 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 ha.